Juhu Haus, schönste Map, wie ich finde. Da weiß ich wenigstens auch immer, was ich machen muss. Ich habe nichts zum Sprengen, ich könnte höchstens aufschießen. Wäre aufschießen oder sprengt es Wärme? Also ich könnte zwar aufsprengen, aber ich finde das ziemlich wichtig eigentlich. Ja dann schießt es auf, wenn der Shotgun macht, dass der Durchgang. Wir müssen auf jeden Fall Weg haben zwischen A und B. Nach oben noch die beiden Fallteile, da, hallo, gehen wir weiter. Entschuldigung, ja. Reicht das? Wahrscheinlich nicht. So, ich brauche gleich Sound für die Garage. Lass mich kurz noch mal was raus. Ah, kam leider nicht ganz in die Ecke, glaube ich. Jetzt geht mal, was soll ich... Boah, bin kaum noch Mut. So, wie war das mit den offensichtlichen Fußmannen? Das sind die Besten. Das sind die Besten. Das sind die Besten. Ja, deine Flanke ist natürlich jetzt offen, ne? Ne, von hier nicht. Einer ist über uns. Den Stockwerk höher. Wir haben eine Kamera draußen auf jeden Fall liegen. Also vor der Garage. Völlig ahnungslos. Oh, da kommt aber ne EMP. Kamera ist weg. Eine Exos weg. Wo ist das? Okay. Mist, ich hab ja noch ne Fußmatte, dann wär's ja nicht los. Komm ich einfach mal hier hin. Zweite Exos weg, komm nicht mehr Garage rein. Nice. Was heißt hinten? Ja. Garage ist komplett safe. Und Blackbeard ist noch komplett hinten. Riverside am Spawn. Ja, wie gesagt, Garage kommt hier nicht mehr rein. Ich hab zwei Exos weg. Das ist echt gut gemacht. Nice. Ähm, das versucht dann den Stocher da raus, um auf Alpha zu verlegen. Aber ich glaub, das passt schon. Paltuern sind verstärkt. Oh, die werden stärker. Oh, ich hab hier so ne Mücke gerade weg. Oh, ich hätte sogar noch ne... Oh, ich hätte sogar noch ne... Wand gehabt. Ich sehe, da liegt auch Stacheldraht neben der Tür. Also das hörst du, wenn einer ist. Ja. Kamera blinkt mir dann. Sagen dann so die Camps? Können zwar nicht sprechen, aber... Ich sitz gerade so doof. Ich könnte eigentlich auch meine Kamera benutzen, damit ich gerade total nutzlos wäre. Hier wird in dem Raum, wo du aufgeschlagen? Oder, Dalu? Bei dir irgendwo? Nee, nee. Hier ist alles dicht bei mir. Nee, bei mir unten, bei mir unten war das. Die Tür. Ah, okay. Und da probiert der gleiche Blackbeard, ne? Ja. Wand aufmachen hat mich so krass Munition gekostet. Ich hab's wahrscheinlich nicht richtig gemacht. War's wert. Toll. Oi. Woher wusste denn der durch die Wand mich erschossen? Fragte sich auch gerade. Oh, mein Handbot ging alleine. Toll. Ich pass mal auf die Küche auf. Die Tür dahinten, haben wir die aufgemacht oder die? Die jetzt. Und die. Oder Zufall. Hier geht irgendwas kaputt? Kannst du die Kamera oben mal im... 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 Woher und die Buse hat's auch gemacht. Wollte die Tür auch machen. Ja, die kommen da bei A. Ja. Einer ist rechts. Den hab ich. Da ist noch einer. Das war nicht der... Noch einer? Ja, nochmal rechts. Das ist eine Ash. Glas hab ich. Ash ist immer noch dahinter, oder? Ja, die macht jetzt auf. Die haben jetzt links aufgemacht. Ein Stück weiter links. Von der Bombe. Ja, die geht rein. Nee, ist wieder rausgegangen. Bei Bravo auf? Oder wo? Ach so dahinter. Nee, bei Alpha unten. Die Kamera haben sie kaputt gemacht. Aber ich hab noch eine Cam, die spotte ich jetzt nicht. Oben im Wohnzimmer, glaub ich. Hab noch einen. Ich bin down oben. Ich weiß nicht, von wo ich grad erschossen werde. War verletzt? Von oben im Raum. Zwei gegen eins. Zwei gegen eins. Wo ist das? Wo ist das? Warum säg ich das nicht? Ganz oben. Ganz oben. Das hab ich auch nicht erkannt. Das war doof, dass ich... Ich dachte, der ist wer auch immer, dass ich... Konnte auch die... Den Schuss nicht zuordnen. Was das für eine Art Waffe ist. Nee, er hat... Er hat mich auch zweimal anschießen müssen. Ich hab's auch nicht verstanden. Ich dachte, das ist irgendwas bei dir im Raum. Nee, hab ich auch... Ich hab ja... Die Killcam sieht man ja nicht mehr richtig. Also... Du siehst ja nur so ein Foto. In einer Aufnahme. Und da saß du auch, als wenn er eigentlich genau neben mir stand. Okay. Puh. Ui. Das ging ja nochmal gut. Nappekiste. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall... zusammen mit uns headchern, ne? Wenn die Garage sind. Dann mach ich's, Samite. Jetzt aber schnell. Wir müssen eine Bombe aufführen. Kelle sind sie nicht. Mitte, also... Gym und... Wohnzimmer. Nee, das ist nicht ganz so gut. Nee, das ist nicht ganz so gut. Nee, die Drohne noch gekommen... Ich weiß auch gar nicht, warum bin ich da jetzt nochmal reingefahren. Ja, das ist nur falsch. Wir wissen ja, wo die sind. Kinect. XBOX Kinect. Nein! Mag er wohl nicht. Ne, fand er nicht geil. Scheiß Xbox. So. Ich hab das schöne Video und ne Konsole beleidigt. Das war auch mal gut. Auf die E3 fährst du nicht mehr. Ich fahr ja nur nach London. Sehr gut. So, ähm. Mmmmm. Yo. So. Erstmal in Ruhe, erstmal alles checken würde ich sagen. Obwohl ich mit Blackbeard erstmal unten gucken kann, beim Gym. Weil da keiner rausrennt. Ah, dem die Kesselwand. Kannst nicht besonders gut durchgucken da. Da brauche ich keine Angst mehr zu haben, da ist ne Kesselwand. Dann check ich mal rein in den Raum. We've been spotted. Da ist auf jeden Fall einer, ein Jäger, der rennt auch weg. Jo. Jungs. Hm. Also ihr nicht? Nicht? Nicht wir? Ach, dem rechts ein Loch in oben. Also sag ich mal ein Stock höher bei der Treppe. Treppenhaus, oder? Treppenhaus, ein Stock höher ein Loch. Die haben die gerade, die haben die gerade gar nicht verstärkt. Jocken alle woanders. Hm. Irgendwann über den Werkraum. Ich will ganz gerne ins Kinderzimmer rein eigentlich. Ich hab keinen Plan, wo die so rumrennen. Irgendwo unten oder so. Waren wir das? War das, waren wir das? Ich war das. Ups. Bin grad bei der Garage, guck ich grad rein. Da ist aber auch nichts. Die lassen die Garage uns anscheinend, wie es aussieht. Was ging da auf? Ich bin nass. Ich geh jetzt oben ins Kinderzimmer rein. Lassen die Füße mal fallen. Bin im Kinderzimmer drinne. Ich will die Diffuser nicht haben. Fahren lassen. Viel kommen von irgendwo. Entschuldigung. Das war Burmszone, glaub ich. Tut mir leid Burms. Ich bin gespottet worden. Ich seh in der Garage überhaupt nichts. Ihr macht oben gerade. Sonst kann einer kommen und den Diffuser nehmen. Und legt ihr direkt am Fenster. Und dann? Ich bin da. Ich steck ihn irgendwie. Vielleicht hier direkt am Fenster legen, weil ich kann den Gang lang gucken. Bist du dir sicher, dass nichts drin ist? Ja, oben ist der Fabian. Ich bin da oben. Legt ihr hier hin direkt, ja? Rechts kann ich jetzt nicht denken. Deshalb hoff ich mir auf Glück einfach. Ich bin jetzt in der Garage. Ich bin in der Garage drin. Der steht genau vor mir. Einen Meter. Oh, wie der hat Ruck das überlebt. Mir rennt irgendwas lang. Scheiße, das war so knapp. Ach, die schießen da durch das Loch durch. Diese Säcke. Ich weiß nicht, wer der Ruck jetzt hin ist. Der Ruck, das hab ich. Ruck ist immer noch auf der Treppe zum Keller, ne? Ah. Da soll er noch mal hinkommen, denn dann würde ich ihn kriegen. Ne, andere Treppe. Die mit der Scheibe. Immer noch nicht Ruck. Wie denn alle? Moment, bist du unten im Keller? Äh, die Treppe für dich, äh, X-Level. Und du jetzt gerade darauf zu rennst. Da ist Ruck. Ruck. Ruck mal die Fenster auf. Ah, hier ist ne Kessel. Ah, okay, alles klar. Ruck ist da. Ruck ist da. Ach. Ey, wo waren die denn alle? Alle oben oder was? Alle Küche. Okay. Hm. Da liegt der Hauf. Der Schießer war fast durch, ne? Ja, ja. Und? Ich hab aber dich nicht schießen gehört, als er mich abgemacht hat. Ich hab aber... Du wolltest doch eine der beiden. MVP, Alter! MVP! Das... Da ist er grad aufm Kurs dahin. Ja, ja. Lässt er sich da von dir nicht nehmen? Hab uns seine Konkurrenz einfach ausschalten lassen. Ohne das überhaupt selber zu übernehmen. Mach mir doch die Hände ja nicht schmutzig. T-Test, T-Test, geht das in den roten Bereich? Nö. Gut. Oh, das ist gut. Hier ist ne richtig schöne Kamera für... Die hier ist perfekt. Tup, 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 tup. Wollen wir von A auf B zu aufmachen? Oder von, äh, Bettraum auf B? Ähm, Bettraum. Auf B. Bett-Cave. Sehr nice. Oh, wo ist das Ding hin? Uh. Falls sie hier durchfahren, legen wir einfach eine Ladung Stacheldraht hin. Liebe Stacheldraht, ey. So hilft's nicht. Guckchen. Uiuiui. Eine Weste liegt noch? Ja, das ist meine. Ich will grad kurz die Kamera rauswerfen. Nee. Das ist nicht okay. Ich hab noch ne Wand, äh, warum keine eine? Ach, scheiße. Ja, egal, irgendwo hin. Ich will da 10 Punkte haben, also... Schau dir auf jeden Fall mal die Kamera im Kinderzimmer an. Kannst du mich sehen. Bin mal gespannt. Yo. Oh. Also wenn du von außen reinkommst, kannst du die nicht erkennen. Mhm. Die ist aber ganz sick. Müsste ich eigentlich mal gucken. Die eine ist ein bisschen zu weit weggeworfen, die nach draußen. Ach so, die Kamera draußen. Die sollte eigentlich im Baum hängen bleiben. Das will ich jetzt aber auch mal sehen. Ja, die ist aber Mist. Oh. Okay. Ah, hier kommt's. Hier kommt's. Richtung Sieden. Da Gläs, ne? Haben wir noch das Verdacht? Habt ihr jetzt keinen gesehen, oder so? Hier kommt ne... Guck, meine Kamera draußen. Ja, okay, ja. Hab ich, äh, absichtlich so geworfen. Ja, okay. Skill, skill, skill. Ist genau drüber gelaufen. Okay. Leider nicht gesehen. Aber hier bei mir fährt ne Drohne rum. Oder fuhr gerade noch. Zu weit, sagt er. Guck, er sucht meine Kamera jetzt. Die will der nie finden. Das will ich jetzt sehen. Hier, guck mal, wir sehen. Guck mal, der blaue Blumme. Das ist so der Moment, wo man halt einfach dann gemessert wird, ne? Also drei Leute gleichzeitig. Ist sich sicher, dass hier noch... Guck mal, aufm Dach hab ich auch einen gescannt. Mit der Kamera. Bei mir ist einer hier. Badezimmer. Kinderzimmer haben will, doch. Badezimmer, Badezimmer, Badezimmer. Jo, bin ruhig. Kinderzimmer ist auch einer. So wie's klingt. Und hier fährt jetzt die Drohne, fährt jetzt... Habt ihr Drohne? Im Kinderzimmer rollt einer rum. Master Bedroom raus. Ich scanne immer noch einen aufm Dach. Und du sagst, die Drohne ist zu weit weg. Ja, es tut inhalt. Hier werden die Punkte gemacht. Ich hol dich noch mit der. Alter, weh. Master Bedroom ging auf, glaube ich. Der Meisterscanner mit der Drohne. Hehehe. Jo, Badezimmer. Ist Stress. Master glaube ich auch, ne? Schaffst du? Weiß ich nicht. Das sind drei Leute. Zwei Leute sind das. Kinder... Ich würd gern mal ins Kinderzimmer reingehen, aber ich glaube da ist der Glass. Pass drauf. Ja, der ist nicht weg. Der Glass ist gerade umgefallen. Achtung. Er schießt da eigentlich die ganze Zeit. Was ist das denn? Das Feedness von mir ist mein Babyphone. Scheiße, ich bin tot. Ne, ich hab überlebt. Ich hab nur ein bisschen Zeit raus, aber ich treff nix. Schön. Weg. Nice. Kriegt leider gar keinen mehr zu sehen hier. Wo ist der letzte? Jajaja. Aus. Ui. Hier geht irgendwo was kaputt? Ah ja. Hier außen. Den will ich haben. Nein. Nein. Ich hab's versucht. Der steht auf dem Dach. Auf dem Dach? Okay, dann das ist er. Wir alle rausrennen. Hier nicht. Wir werden alle sterben. Jetzt wird irgendwo geseilt. Da wird gefallen. Schön. Schöne Seemannskapper. Mit dem Kopf voran. Ui. Müssen wir jetzt noch so einen Platscher reinmachen. So, hat er Corny den MVP wieder bekommen? Na klar. Schön war's. Das Team hat nur gut gespielt mit Leuten, die eine 5 am Ende haben. Als drittestand. Als drittestand. Als drittestand. Achso. Punkt. Ja.